da sind wir wieder wir waren ja gerade unterwegs wer hat denn da was gefunden der dragoner etwa und eine person schlafwagen und mp ich verlese was soll hier statt mp poli poli Pony? Na Pony verhören wir erstmal. Feind aufgedeckt, Vasco, in Beholders Helle. Okay. Ach, müssen das echt zwei sein? Na gut, komm dann, macht ihr beide das. Mammut! Okay. Okay. Neue Identitäten sind günstiger. Wert von der Dokumente schaltet Observierung frei. Das machen wir doch mal. So, jetzt muss ich erstmal gucken, dass wir hier ein bisschen aufteilen. Huston. Kubishef. So, Marzipan kann zur Basis. Beamer kann zur Basis. Flanke von Irkutsk. Lamps hat abgeschlossen. Nein, Marzipan nicht. So, die beiden fahren jetzt da hin. Meine Güte, was hier alles los ist! Labor, zwei weitere Plätze, Werkstatt, Kontrollphasen kosten weniger Geld und Zeit reduziert die Gefahr, feindliche Agenten in einem Versteck festzuhalten. Ja, komm, das machen wir. So, wen haben wir in der Base? Marzipan. M12 und ne Schrotflinte sollte sie haben. Zack. Das gute Marzipan. Oh ja. Der Pen ist voll ausgestattet. Beamer. Beamer kann man losschicken. Beamer und Pony können wir losschicken. So, dann kann ein Deadpan was herstellen. Wir haben kein Geld. Ah, da ist die Glocke. So, Kristall und Xerxes haben erfolgreich gestört. Zerxes brauche ich nicht, aber Kristall, die kann mal nach Hause. Huch. Warte. Warte. Dann kann die gute Frau nämlich mal auch trainieren. Wo ist sie denn? Da ist sie doch. M10, LMG, Gal. Ich hab... Ach, meine Stufe 5. Zack, auch Talentsucher rein. Los geht's. So, die beiden können mal stören und deswegen mach ich mal hier weiter. So, das Archiv Draht. Dann haben wir hier Genius. Und den guten Mann hier. Und Behold, da haben wir auch noch. Das ist hier unten. Nehmen wir auch noch was. Ach, Würden. So, da hinten haben wir Bürokrat. Steht das hier sonst noch irgendwo? Nein. Die K-Bomber. Das hab ich hier schon mal gelesen. Die Riege. Dann haben wir Eisprinzessin. Die Indizes. Und Hackfleisch. Hackfleisch ist hier. Die Palisade. Das Marktdach. Das Rampenlicht, um Gottes Willen. Hochwürden. So, und hier mal Waffen im Weltraum. Umtreiber. Umtreiber. Umtreiber und Organspender. So, Klaus Barbie. Die Endlichkeit. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Gibt da was dazu gekommen? Die Gefahr erhöht sich nicht mehr. So, die haben alle schön trainiert. Fleißige Bienchen. Waffen im Weltraum. Reinhardt. 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 Zündkerz. Die haben alle hier... Geheimnamen. Äh, Decknamen. Das ist unfassbar. Die Nadelmänner. Das Seifenfeld. Das Minenfeld. Das Minenfeld. Der Grashügel. Echt jetzt? Das ist ja gruselig. Da hab ich ja gar nichts gelesen. Na gut. Ja gut. Da hab ich. Gemini Da fällt mir echt den Überblick, ey. Schlafwagen, das habe ich doch schon mal gelesen. Aber war das auch hier? Doch da oben, Mensch. Mango, Verkäufer und Haushofweis. Das ist Phosphor. Perekileki. Phosphor. Wasserspur. Die Trommler. Ey Leute, echt? Phosphor. Da. Die Wasserspur. Die Trommler. Okay. Letzter Hinweis fehlt da noch. Na gut, die Gefahr steigt ja schon mal nicht mehr. Das ist ja auch schon mal was. Die beiden sind ebenfalls fertig. Nichts. Ja. Köter Das kriegen wir auch noch gestört Oh, was stand da? Wasco So, Marzipan geht's auch gut Handelsvertrag gezogen, der hexagonal auf Infiltrierung feindlicher Basis Erfolgreich neue Informationen erhalten Sehr schön, dann ist das nicht durch So, das handelt sich um Mango und Eisprinzessin Ich hab mit dem Mango gelesen Da Oh Ist das so So unstrengend So anstrengend Czernenko Die sechs Glocken Das LX Rumtreiber Die 68er War Big Daddy hier mit bei? Der Nukleus Klasse 55 Ritterschlag Die sind echt anstrengend Ort Der Golfplatz Schlaumeier Schlaumeier Die Bewerber Die Bewerber Echt jetzt? Hier sind gefühlt 378 Millionen verschiedene Decknamen Ey Das gibt's doch gar nicht Ich lass mal an, das ist alles einzeln So Crystal ist dann auch verarztet Eisberg Hervorragend Die Operation ist auch gestört Und wenn jetzt nichts größeres anliegt Werden wir uns hier um Vancouver kümmern Ja, das machen wir Ja, mit allemann rein Das sieht auch sehr gut aus, das Team Werden wir richtig Spaß haben Machen wir das noch rein Die beiden analysieren mal Ja, komm, Nachhof Krieg noch mal ein paar Drogen Marzipan nicht Oder würde ich sagen Bis zum nächsten Mal, Leute Da bin ich Vielen Dank.